Ich bin McLean Bayer, bin seit 01.01. bei der Standortentwicklungsgesellschaft und habe dort die Position Leitung der Wirtschaftsförderung übernommen. Wirtschaftsförderung bedeutet für mich, alle Akteure eines Wirtschaftsgebiets zu verbinden, sodass auch alle gemeinsam an der Ausrichtung der Wirtschaftsregionen arbeiten können. Für die nächsten ein, zwei Jahre denke ich mir, dass in der Region Mansfeld-Südharz gerade die Wirtschaftsförderung neu ausgerichtet werden kann und sollte. In den Bereichen Innovation, Digitalisierung und Energiewende. Und ich freue mich auch darauf, aktiv an diesem Prozess teilhaben zu dürfen. Mansfeld-Südharz bietet in der Hinsicht sehr viele Potenziale, gerade in dieser Neuausrichtung der Wirtschaftsstruktur. Es hat eine starke Anbindung infrastrukturell an die A38, an die B80. Es bietet sehr viel auch für Neuansiedlungen, egal ob jetzt Unternehmen oder Zuwanderer. Der Tourismusbereich ist sehr ausgeprägt. Und alles zusammen bietet es sowohl den Kommunen als auch den Unternehmen, den Bürgern und den Freischaffenden einen sehr schönen Wirtschaftsstandort, um gemeinsam auch Ziele zu erreichen. Und ich freue mich nicht.